Die aktuellen Nachrichten hier bei Radio Primaton. Damit geht unser Blick auf die Straßen und hier auf die A71 Schweinfurt Richtung Suhl. Achtung, zwischen Bad Kissingen, Oehrlenbach und Massbach hat es gekracht. Hier ein Unfall. Lkw hat gebrannt und es staut sich jetzt aufgrund der Bergungsarbeiten. Und auch unser Radio Primaton-Reporter Christian Licher ist vor Ort. Christian, was ist denn passiert? Ja, servus Morgen, Meier. Ich bin jetzt hier auf der A71 zwischen Bad Kissingen und Massbach. Hier hat ein Lkw gefrannt, beziehungsweise an einem Anhänger haben die Reifen angefangen zu brennen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort. Der Anhänger war sinnlicherweise auch mit Reifen beladen. Und der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, aber eine Ersthilterin, eine Fahrschullehrerin, die gleich vor Ort war, erlitt eine leichte Raubgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Oh, gut, dass sie da war. Gute Besserung wünschen wir an dieser Stelle. Gute Besserung wünschen wir an dieser Stelle.